Schnell, guck schnell im Gier. Jupp. Hier ist sogar drin. JA LEU- ACHT CHERRIKANS! What the fuck. Damit ich fahr damit mal ganz kurz. Ja, dann mach mal den Zombie hier, oder soll ich den eben machen? Mach du den. Dann treffen wir heute mal schon können. Ich fahr damit mal ganz kurz zum Dingestens, ne? Warum du? Weil ich die Aufnahme hab und du immer fährst. Nein! Leute hätten sie einen Spieler! Nein, streck doch aus! Wo ist ein Spieler? Das ist ein Zombie! Boah Junge! Hallo! Gib mir doch mal die, geh mal weg da jetzt! Oh, verpiss dich! Wo sind Scheiß Optionen zum... Da, Free Fuel. Was ist denn noch drin? Ja, Reifen und so ein Scheiß. Fuel Tank Bar als Reifen. Ey, lass mal Altar fangen. Ah, nicht Altar. Äh... Doch! Hm? Altar? Klein oder Altar? Ja, wie denn? Da kann nur einer fahren, einer muss laufen. Na, und dann müssen dann näher hier dran. Das einzige, was ich mach, ich fahr mal da... Altar ist gar nicht wollen. Merk da, ich fahr mal kurz an Novi. Warte, 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 warte. Zieh dich da. Gut, dass du gar nicht für das Zombie sein brauchst. Äh... Leute, ich vermessern. Hui! Junge, seid Zombie, ne? Juhu! Trecker fahren, Trecker fahren! Boah, ist halt laut, Alter. Die hör mich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr. Heißt du meine Schüssel denn? Ja, ich hör deine Schüssel noch. Heilige Scheiße, oh, heilige Scheiße, oh, heilige Sche... Boah, wie viele! Geht! Lichthupe! Alter, wie viel Zombie fahren, ne? Wenn da jetzt ein Motorrad steht, dann feier ich uns hart. Ach, hast du ja richtig gebracht, dann kannst du mir entgegenkommen. Also, Motorrad? Ja. Willst du dann Trecker fahren, oder wat? Nein. Was sollt's sagen? Lass mir da noch schnell... Lass mir die Sache, wenn da mitnehmen. Warte, der ist ja so richtig schön schnell, der Trecker. Der fährt so richtig schnell, schön 45. Ah, jetzt geht er grad hoch. Ja, 50. Auf dem Land ist er richtig geil. Ja, das stimmt. Okay, 39 auf dem Land ist auch nicht so toll. Schon da? Ja, WTF, will ich mich verarschen? Junge, du... 1,5 Kilometer waren das. 1 Kilometer? Nein, du bist jetzt 500 Meter gefahren. Wie viele Dinger passen neben dem Traktor? Wie viele Plätze? Keine Ahnung. Da sind jetzt 8 drin. Ne, da... Guck mal, da ist einer Fan, ey, auf dem Server. Grad keine Zeit. Muss fahren. Steht da jetzt so'n Trecker, ey, wie geil. Hat der nix zu tun gehabt, als irgendwo in so'n scheiß Spawn Trecker zu finden und den komplett Heide zu machen? Äh... Was ist das denn da? Was ist das denn da? Ich hoffe, dass ich kurz hier vorausgelockt hätte. Ne... Vom Server ist dort. Das... Alter, das ist ein Strauch! Wir müssen nicht trotzdem jetzt aber wechseln. Warum? Seit Nacht. Da sieht man genug. Ich hab eh nicht mehr viel Zeit zum Aufnehmen. Die letzten 10 Minuten haben wir auch noch hier. Wenn wir da ein Motorrad finden, dann fahren wir damit erstmal irgendwo hin. Und loggen uns dann da aus. Oder so... Zum RFID am besten, oder so. Ja. Boah, ist das laut! Ich geh mir da Ego-Perspektive. Das ist genauso laut wie unnötig. Normalerweise ist das in der Ego... Perspektive mal leise. Das sind wir da auch noch nicht. Ja. Noch ein paar Meter. Mal gucken. Und... Drei. Äh... Ist nicht da. Nicht? Ne. Warum auch? War noch noveluk. Nicht mit dem Trecker, Alter. Ist doch voll ewig dann. Wo ist denn noch noveluk eigentlich? Hm? Wo ist denn das nochmal? Ich weiß gar nicht. Drei Kilometer, oder? Ja, okay. Ich kann's machen. Musst du da aber warten. Ich bin grad noveluk auf der Karte. Hä, wo ist noveluk? Warte. Vier Kilometer sind das. Egal, ich hab immer noch. Ich hab hier nix zu tun. Wann ich nie in der Nähe? Find ich eh wieder 60 Heli-Crash-Sides auf dem Weg. Ah, nein! Zaun. Ist das jetzt durch den Wald? Ja, ich fahr einfach durch den Wald. Hab wohl mit dem Trecker durch den Wald? Was muss ich denn olle Motorraddingeinz abgetrickt? Hinter dem Haus? Da ist das Gondi Motorrad. Ja, kann man sein, das ist doch Wahnsinn. Ja, hab ich eigentlich gar nicht. Hast du die Lippe? Ich bin jetzt gar nicht drin. Puh! Hup, hup! Bin ich grad echt zu blöd, um gelob zu finden? Wo ist das denn? So richtig realistisch, dass ich so senkrechten... ...fucking berg hochfahren kann. Ein Nightwish kann nur an diesen beiden Waffen-Tropes am ersten Spawner oder Mom fahren. Ja, der kann auch einen Heli-Crash-Side spawnen. Ja, aber auf RK hat er jetzt eingezeichnet. So. Mach mal schnell, wo nur wie Luke ist. Auf RK. Siehst du... Gwotz da... Oh, wie das heißt. Ach, da oben ist das. Ich glaub, das wär in der Nähe von Novi. Jetzt bin ich wieder hier, wo auch ein Motorrad spawnen kann. Mitten auf dem Gehen. Muss ich jetzt eigentlich schon, wenn ich einen auch... ...auslagen, soll ich machen, oder? Was? Soll ich mich auslagen, oder wo soll ich ziehen gehen? Warum? Gehen doch schon mal nach Norden. Wenn man zum Airfield. Mhm. Ich lauf mal nach Altar. Okay, mach das. Das ist bestimmt gar nicht weit. Man musste eh mit dem Trigger dahin fahren und so. Auch wenn du jetzt ein Motorrad findest, musst du mit dem Trigger dahin fahren. Warum? Weil wir da die Dingens-Parts drin haben, oder kannst du einfach auch einen Rucksack brauchen. Irgendwie wollen wir ja das ORZ doch reparieren, wenn das da ist. Das ORZ ist heftig, ja. Wenn wir doch schon ein paar... ...ein paar Parts haben, ist das so gut. ...ein paar Kilo. ...ein paar Kilo-Ton. Ich erkläre noch mehr. Lang commitst knapp zu見帳 Moderna Pr pix. Warum zur Hölle finde ich nie ein Helikonch? Kein Plan Zwei Kilometer noch nicht Ich leid halt ein Auto oder ist das nicht gut? Pff Manchmal sehen die Büsche extrem aus wie Autos, kann das sein? Gefällt mir der Server Ich hab gar nicht viel zu sagen Ah Okay Wo bist du gerade jetzt angekommen? 1,3 Kilometer da bin ich da Jo BTF auch? 1,3 Ah Entschuldigen Und für den ganzen Wind um so ein Straßenschild mitten auf dem Feld oder unterzunehmen Ja, das war doch Dich zu ärgern Was sagt? Hä? Hä? Scharfe Linkskurve, mitten auf dem Feld Ups Ich bin gerade nicht gegen den Baum gefahren Bist du gerade? Junge, ich fahr durch den Wald, Alter Oh, die Steuerung ist weg Ah, klar, wo ist es? Alles noch grün, ich hab den nur ganz leicht angedatcht Ich muss sagen, ich fahr gerade gar nicht so schlecht Das war mal eine Ausnahme Ah, jetzt mal holen Ich überlasse dir das Fliegen den ersten Mal nicht Ja Das wär geil, wenn wir so'n Heli finden, Alter Das hat auch, glaub ich, niemand gefunden Voll repariert, oder was? Ja, allgemein so'n Heli Wir haben so'n hier mitten auf dem Feld steht gleich bestimmt so'n Vollgerepar... Ah, ein Gehirnner Vollgereparierter Heli, ja, genau, Donuts Was? Wo hast du denn? Wo hast du denn? Kann ich ja mal bitte irgendwo ein... ...ein... 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 Sonst hör' ich mal mit Gib mir ein Motorrad, du dummes Scheißspiel Jetzt steht da eh keine Boah, ist das laut? Hier ist ein Hochstand, was kann eigentlich was? Fick dich, scheiß Spiel. Was kann auch aus dem Hochstand alles spawnen? Gute Sachen? Einen guten Hochstand, wat? Boah, Ty ist wieder ganz lustig. Warum, was macht er? Er schreibt, hallo Nigga, ich in der Aufnahme. Gut, dass ich aufnehmen. Gut, dass er gefreut hat, dass ich das mal sagen soll. Hab ich jetzt gemacht. Zufrieden, Ty? Ich fahre in den Wald und lock mich aus. Nein. Hm, doch. Ich fahre zu Altar, Junge. Hm, klar. Ich habe keine Zeit mehr, du Mongo. Tschüss. Engine off, get out. Äh, save Traktor. Save mir die lieber nochmal. Gut, ich würde mal sagen, in dem Part haben wir jetzt zwar nicht viel erreicht, wenn wir in den Parts. Ähm. Nächsten Part geht's dann äh, mit dem Traktor oder zu Fuß, hinter dem, ob der dann noch da ist, wieder zurück zu Dendogs und dann zum Airfield, würde ich mal sagen. Und dann... Oh ja. Jo, was das für die Aufnahmesession. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.